hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video schön dass du eingeschaltet hast heute geht es wieder um einen kleinen mod den ich für unseren sv08 vorbereite und zwar würde ich ganz gerne die nozzle beleuchtet haben damit ich sehe wenn ich den see offset zum beispiel einstelle damit ich das etwas besser erkennen kann weil durch das licht von oben wird natürlich schatten geschmissen und so weiter und ich sehe halt nicht genau wo die nozzle sich hundertprozentig befindet und deswegen habe ich mir gedacht ich mache einen kleinen mod wo man halt die nozzle deutlich besser erkennen kann und sieht an welcher stelle sie steht was brauchen wir dazu ganz einfach ein bisschen lötzeug sollte jeder zu hause haben eine 5 mm led in meinem fall eine weiße ein 1.1 kohm widerstand also sprich 1100 ohm widerstand brauchen wir noch die vorlage die werde ich euch anbieten das ganze ist ein remix vom guten rapettor keine ahnung ob ich den haben jetzt richtig ausgesprochen habe ich habe gesehen auf geht wird er richard genannt so das ganze stelle ich euch zur verfügung das werde ich als remix bei bei printables hochladen und dann könnt ihr das ganze runterladen verlinke ich euch aber auch runter unter dem video in der video beschreibung auch zu ein paar affiliate links worüber ihr zum beispiel diesen connector hier bestellen könnt ich habe jetzt den hier genommen weil bei mir ja durch den eddy der probe connector frei ist und dementsprechend kann ich den nehmen da sind 24 volt drauf deswegen brauchen wir hier den das den widerstand um die led zu betreiben ohne weiteres ohne zusätzlichen back converter oder sonstiges das funktioniert achtet nur darauf wer das noch nicht weiß ist bei der led ist immer das längere füßchen ist plus das kürzere füßchen des minus an dem plus wollen wir den widerstand anlöten dann kommt ein bisschen schrumpfschlauch drauf und hier zwei kabel einmal 24 volt einmal masse die anderen kabel können wir sozusagen auspinnen dafür müssen wir hier die beinchen anheben sage ich jetzt mal und unten das kabel rausziehen das können wir mit einer nadel machen indem wir hier unten sind so kleine einbuchtungen oben an der spitze da kann man eine nadel reinschieben dann heben sich hier diese kleinen säulen sage ich jetzt mal die heben sich hoch und dann kann man unten das kabel rausziehen ich werde euch ein diagramm verlinken von vom github von sowohl selbst da sind die pin belegungen drauf ich habe es jetzt leider nicht mehr offen aber ist egal ich verlinke euch das ganze und dann seht ihr wie ihr das ganze verbinden müsst so ich löte das jetzt alles einmal zusammen ach so noch ganz kurz achtet darauf also am massebeinchen ist die led abgeschnitten ich habe das jetzt hier so vorbereitet dass dieser schnitt quasi hier am gehäuse dran ist das heißt wir müssen die led so rein machen die passt mit etwas pressen passt die rein das heißt wir drücken die hier etwas fester zusammen und dann bleibt die da auch gesichert wer möchte kann jetzt hier oben am rand so ein tropfen sekundenkleber drauf machen kann muss aber nicht noch ein weiterer tipp wer die led diese diese fünf millimeter rund kopf leds die leuchten relativ punktuell das heißt die machen einen ziemlich kleinen punkt auf dem bett wer möchte dass dieser punkt etwas größer ist der geht hin nimmt eine feile und und feilt die spitze so knapp wie möglich an die kontakte hier drin ich sag mal so ein zwei millimeter überlassen bis dahin wegfallen wer ein drehmel hat einfach wegdrehmeln dann müsst ihr gucken dass er die geschnittene fläche relativ sauber mit einem feinen schmirgel papier sauber kriegt und damit sie dann wieder transparent ist so wie hier einen kleinen tropfen silikonspray drauf dann wird die dann wird die fläche aus so milchig wird sie wieder transparent und dadurch habt ihr einen weiteren kegel wie die led ausleuchtet das aber nur mal so als kleinen tipp wie gesagt ich schmeiß das ja alles mal zusammen und dann gucken wir uns das ganze mal im drucker an so ich habe das ganze jetzt zusammengebaut hier sehen wir es einmal hier haben wir die led drin die zwei kabel die hoch zu dem connector von der probe gehen und da sind sie jeweils die quasi der der zweite pin und der vorletzte pin der zweite pin ist plus also 24 volt und der letzte ist masse wie gesagt das bild verlinke ich euch in der video beschreibung so jetzt werde ich das ganze hier weiter komplett zusammenbauen also sprich das alles wieder ein ganzes ist und dann gucken wir wie das ganze leuchtet so nun ist alles zusammengebaut und klar jetzt sieht man halt nicht so viel also auf der kamera sowieso nicht aber ich mache mal eben kurz das licht komplett aus und da seht ihr das ist schon ordentlich also man kann wirklich so seine nozzle einstellen also sprich denn sie auch seit einstellen man erkennt wo er gerade am drucken ist auf welcher höhe ob da irgendwelche fehler sind oder was auch immer also ich komme damit super zurecht wenn ihr bock habt das ganze mal nachzubauen versucht das ruhig das kostet wirklich fast nichts und ist auch sehr sehr schnell erledigt der ganze mod hat mich jetzt plus drucken vielleicht maximal eine viertel stunde gekostet ein bisschen löten ein bisschen einsetzen den kopf auseinander bauen und dann seid ihr schon fertig sollte ich euch mit diesem video geholfen haben würde mich einen daumen nach oben like und natürlich ein abo sehr freuen in diesem sinne bis zum nächsten video hau rein ciao ciao